Und Matthias Lang, mir gefällt es dir hier? Mir gefällt es in Dubai unheimlich gut, auch jetzt hier die Aussicht. Und ja, wir werden euch gleich zeigen, wenn die Wasserspiele hier losgehen, vor dem Bush Khalifa. Und ja, man kann hier super schön shoppen, einen Kaffee trinken gehen, einfach nur irgendeine Kleinigkeit essen gehen. Ja, und die Metropole Dubai hier auf sich wirken lassen. Ja, das ist ein Kaffee.